So Jungs, einmal zusammen noch mal für YouTube, richtig geil. Machst du was richtig geiles für YouTube. Also unsere zwei Jungs, die machen das gegen Köln jetzt am Wochenende. Ja meine Freunde und das war das erste Mal, wo ich Demirovic beim FCA-Training getroffen habe. Damals habe ich auch noch mit YouTube begonnen und der war auch da schon so nett und hat mir sozusagen ein Outro gedreht für meinen damals noch sehr jungen Kanal. Ich weiß gar nicht, ob ich damals überhaupt noch 200, 300 Abonnenten hatte. Also in der Hinsicht bin ich ihm schon dankbar und für mich auf jeden Fall so ein bisschen emotionaleres Video. Wird da auch meine ganz ehrliche Meinung so ein bisschen in den Deep Talk reingehen. Über diesen Transfer, der bevorsteht, Bild berichtet, man hat sich geeinigt. Herr Ströll war heute bei der VfB-Geschäftsstelle. Man hat auch schon gelesen, dass der VfB 21 Millionen plus Boni geboten hat. Da in dem Drehrum wird sich die Ablöse dann auch befinden. Ja und der Deal wird durchgehen. Es muss wohl nur noch der Aufsichtsrat das alles bestätigen und durchwinken und dann passt das. Wird der teuerste VfB-Transfer der Geschichte übrigens auch. Plus unser zweithöchster Verkauf nach Baba damals, der nach Chelsea gewechselt ist. Also beide Teams haben hier fast so Rekordtransfer erhöhen. Und da wird sicherlich diese Ablöse nochmal toppen. Aber sieht man mal auf welchem Niveau sich auch Stuttgart bewegt mit diesem Deal. Ja und als der Bursche, wo ich jetzt das Video gerade gesehen habe, hier in Augsburg ankam. Tausch für Gregal. Richtig guter Deal für uns, müssen wir nicht drüber reden. Hätte ich niemals gedacht, dass der irgendwann 28 Millionen Mark wert haben wird. Und für über 20 Millionen dann verkauft wird. Der Vertrag wäre noch bis 226 Jahren nie für möglich, hätte ich es gehalten. Man hat schon ein bisschen in Freiburg gesehen, das Potenzial hat ja bei Christian Streich auf der Bank geschlummert. Und hat dann mit dem Wechsel zu uns alles richtig gemacht. Und hat für uns viele wichtige Tore gemacht. In der ersten Saison in 30 Spielen, 8 Tore, 6 Assists. Das war schon wirklich gut. Man darf auch nicht vergessen, mit Demirisch verbinde ich so viel, dass er viel auf dem Flügel gespielt hat. Und da habe ich geflucht und mich aufgeregt, dass er ständig auf außen gespielt hat unter Enno. Und ich habe ihm auch mal im Training gesagt, warum spielst du ständig auf dem Flügel? Gehörst doch vor das Tor. Und dann hat er mich auch so abgewunken. Er spielt natürlich da, wo der Trainer spielt. Also ich hatte schon mal ein paar ein bisschen Momente mit ihm, da wir uns immer ja so ein bisschen auf Bosnisch unterhalten konnten. Ist echt ein richtig, richtig feiner Bursche. Wurde ja dann auch Kapitän nach einem Jahr. Das spricht ja auch für seinen Charakter und für seine Entwicklung auch. Er ist hier in Augsburg sicherlich auch mehr zum Mann geworden, zum Führungsspieler geworden. Und diese Stadt hat ihn jetzt zu dem Spiel auch gemacht, wo er ist, mit diesem Standing. 33 Spiele, 15 Tore, 10 Assists. Also ich glaube, so wie ich ihn auch jetzt beim Training gesehen habe am Mittwoch, war das am Mittwoch? Das fällt ihm nicht leicht. Er war so auch ein bisschen nostalgisch. Ist als Letzter gegangen am Mittwoch. Hat die Bälle aufgeräumt. Und für mich nochmal auch einen Merchandise-Hoodie unterschrieben. Ich habe ihn da auch schon so ein bisschen auf die Brust geklopft und gesagt, Demi, er ist Gute für deine Zukunft, egal wo es hingeht, hat er sich auch bei mir von Herzen bedankt. Bratte, wie man so schön sagt, haben wir uns auch immer genannt. Ich habe den Burschen wirklich ins Herz geschlossen, nicht nur als Spieler, sondern als Menschen. Der hat unseren Verein auch ein bisschen nach außen getragen. Es gibt ja immer Gesichter des Vereins. Das sind ja auch dann auch die Spieler irgendwo. Und Demi war sicherlich in der Zeit, wo er da war, in Rekordzeit, das Gesicht des FC Augsburgs in der Liga. Denkt man jetzt in Stuttgart, an den FCA, denkt man wahrscheinlich so an Demirovic. Auch Jeff ist da sicherlich einer, den man nennen muss. Aber Demi war jetzt auch einer der Gesichter. Müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Es waren jetzt zwei wirklich sehr gute Jahre. Ohne seine Tore kann es sein, dass wir auch unter Enno runtergegangen wären. Es war eh haarscharf alles. Und dieses Jahr standen wir auf Platz 11. Das war seit langem ja einer der besten Augsburg-Saisons überhaupt. Ich glaube sogar die drittbeste insgesamt. Und da hat er seine Aktien dran. Und ich finde, so denke ich, als Augsburger und so wie ich den Verein lieben und kennengelernt habe, wir sind im Familienclub, wünsche ich ihm jetzt auch in Stuttgart. Weil da wird es hingehen, alles, alles Gute. Alles, alles erdenklich Gute. Viele Tore gegen uns, dann natürlich Niederlagen und keine Tore. Aber sonst, ich werde ihn mit einem Applaus empfangen, wenn er in Augsburg ist. So wünsche ich es mir auch von vielen Fans, dass sie das alles auch sehen, was er dann doch hier auch geleistet hat. Man muss es jetzt nicht komplett übertreiben. Es waren zwei Jahre. Es gibt Spieler, die länger bei uns waren. Aber in der kurzen Zeit hat er, finde ich, schon was hinterlassen. Das muss man auch erst mal wirklich schaffen. Das muss man auch wirklich erst mal schaffen. Den VfB kann man gratulieren. Ich bin gespannt, ob er dieses Niveau halten kann. Er wird sicherlich viel mehr Aktionen im letzten Angriffsdrittel haben. Demi hat Qualitäten vorm Tor, hat auch mitspielende Fähigkeiten, findet auch im 16. gerne seinen Nebenmann. Dadurch kommen ja auch die Assists zustande. Kann mir das mit Undaf auch sehr gut vorstellen. Zwei mobile Stürmer, die auch charakterlich, wie ich von Undaf ja auch höre und sehe, auch im Nationalteam, wirklich beide so extrem coole, lockere Typs sind, auch total gut an der Kabine tun. Also Stuttgart kann man hier gratulieren. Aber das blutet ja auch. Das ist nicht wenig Geld für den VfB. Das dürfen viele, ich lese öfters, der Stuttgart hat doch so viel Geld eingenommen. Aber sie haben auch finanzielle Grenzen. Und das ist für sie schon ein Risiko, dass sie hier gehen, weil sie ja auch noch mit Dennis ja noch einen Spieler verpflichten werden, der wahrscheinlich noch teurer wird. Also wir haben da jetzt schon keinen schlechten Deal gemacht mit 21 plus Boni, wenn es dann am Ende auch dabei bleibt. Ich finde, alle gewinnen bei diesem Deal. Wir haben ihn damals ja wirklich im Tauschgeschäft bekommen und kriegen jetzt knapp 21 plus. Das darf man nicht vergessen. Das ist sehr viel Geld für den FCA und auch wichtiges Geld, um jetzt Kaderbaustellen dicht zu machen. Wir müssen noch Flügelverteidiger holen. Wir können jetzt einfach planen für die nächsten Wochen. Ich bin auch gespannt, ob Demi jetzt morgen gegen Schwaben überhaupt noch im Kader stehen wird. Aber wir fahren ja nächste Woche auch ins Trainingslager nach Südafrika. Und da war für mich schon wichtig, dass das hier auf jeden Fall finalisiert wird. Auch für Demi sicherlich angenehmer jetzt die Klarheit zu haben und dann einfach beim VfB einsteigen zu können. Von meiner Seite wirklich alles, alles Gute, Demi. Ich bin mir sicher, das kommt es auch bei ihm an. Bratte, wirklich geile Zeit hier in Augsburg gehabt. Von meiner Seite immer willkommen in meinem Club. Ich glaube, das sehen auch viele so. Er hat hier sicherlich sportlich auch so insgesamt eine kleine Heimat gefunden, weil ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwo so ein Standing haben wird, wie in Augsburg als Kapitän zu gehen. Bloß hier schon das Aushängeschild irgendwo geworden zu seiner Kurzzeit. Er wird das auch nicht vergessen. Ich schätze ihn auch so ein, dass er hier immer gerne zurückkommt. Und man sieht ja an dem Wechsel, dass er sich einfach hier in der Region, in Süden Deutschlands, Stuttgart ist ja auch Baden-Württemberg plus Schwaben ein Teil, einfach wohlfühlt. Davor war er in Freiburg. Und dann soll er das bitte auch machen, wenn es sich für ihn richtig anfühlt. Genau, das ist so ein bisschen mein Statement dazu. Über ihn kann man einfach noch viel sagen. Er kann auf dem Flügel spielen. Aber liebe VfB-Fans, ich sage es euch ganz ehrlich, in seinem ersten Jahr war ich nicht glücklich, wo er außen war. Und man hat förmlich gesehen, wo ihn Agnes Torop vorne in den Doppelsturm gezogen hat. Da hat er dann wirklich sehr eskaliert. Da hat er eine Phase, wo er wirklich viele, viele Scorer erzielt hat. Und für mich ganz klar, Demi seine Stärke ist es nicht allein in der Spitze zu spielen, gerne mit einem Mittelstürmer daneben und dann auch nah vor der Box zu spielen. Auf dem Flügel sehe ich ihn nicht, dafür hat er auch nicht die Endgeschwindigkeit und die Technik. Er hat so ein bisschen dieses Anlaufverhalten, sehr giftig. Er gibt wirklich alles für die Mannschaft, läuft viel, kämpft, coacht auch mittlerweile. Er hat jetzt sogar beim letzten Training sozusagen auch nochmal, wo ich ihn ja live gesehen habe, mitgecoacht, vorne das Pressing mit eingeleitet, wo er ein bisschen die neuen Spiele auch geführt hat. Top Charakter kriegt er da. Passt auf ihn auf. Er hat es verdient, weiterhin sich wohlzufühlen. Und ich glaube, er braucht auch eine Wohlführoase, dann kann er performen. Wenn man nicht so auf ihn wirklich baut und er das Vertrauen nicht spürt, wird es bei ihm, glaube ich, schon ein bisschen schwerer, weil er ist jetzt auch kein Überfußballer. Er hat jetzt mal ein sehr gutes Jahr gehabt und davor ein so gutes Jahr mit 8 Torn 6 Assists bei uns. Also, Glückwunsch zum Transfer. Demi, alles Gute von Herzen, von mir und ich denke auch von vielen FCA-Ferns. Ihr könnt ihm auch hier gerne Nachrichten schreiben. Sicherlich werden auch viele Nachrichten auf seinem Instagram-Feed kommen, wenn das dann final ist. Aber ich bin mir sicher, es kommt auch alles bei ihm an. Der hat das in Augsburg schon auch geliebt und gelebt. Also, er geht jetzt nicht voller Jubel, sondern es ist einfach für ihn Zeit, den nächsten Step zu machen. Und er wollte das machen, dann gönnen wir ihm das auch. Und jetzt soll er diesen tun, weil es ist nicht garantiert, dass er nächstes Jahr wieder solche Scorer-Werte gezeigt hätte hier. Oder er verletzt sich etc. Und dann wäre so ein Wechsel in der Liga zu einem Champions-League-Team auch in Deutschland vielleicht nicht mehr möglich. Von daher, alles Gute, alles Gute, Demi. Ciao, ciao, Leute und euch. Danke fürs Zuschauen. Allgemein irre, wie ihr gerade hier auch auf dem Kanal supportet. Abonniert gerne weiter. Ich weiß das wirklich zu schätzen. YouTube ist wirklich gerade am Boomen bei mir. Und es macht einfach nur Spaß. Vielen Dank euch. Und ciao, ciao. Nur das Beste. Also unsere zwei Jungs, die machen das gegen Köln jetzt am Wochenende. Sehr schön.